. Wir packen es. Auf drei. Eins, zwei, drei! Okay, gehen wir zuhören. Das ist Leon Zell da. Leon kommt aus Hannover, ist Offensivspieler. Und jetzt? Was ist der Plan? Erster Mannschaft ist es, ja. Wir haben jetzt eine Spielwohnung für D. Das war halt für zwei mit Leon zusammen. Pizza und Bier? Und danach haben wir noch einen kleinen Giant, oder? Spaß. Oh, sorry. Hey! Ich hör auf! Ich hör auf! Ich hör auf! Ich hör auf! Haben wir etwas zusammen, oder? Und wenn wir es haben! Fuck! Die provozieren nun! Haben wir oder haben wir nicht? Nein, wir nehmen nichts! Bitte! 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 Willkommen in Hamburg! Ich weiß! Ich weiß! Ich weiß nicht! Deswegen! Vielen Dank.